Suse und herzlich willkommen zu einer neuen Baufolge bei The Sims 4. Ich hatte heute Lust, einfach mal ein bisschen zu bauen und habe beschlossen, wir bauen einfach mal für unsere Sims ein Penthouse. Weil ich hatte ja sowieso drüber nachgedacht, nochmal umzuziehen mit unseren Sims. Und ich hatte heute einfach mal Lust, ein bisschen zu bauen und das können wir jetzt auch so ein bisschen fortführen die Zeit über. Weil ich war gerade so, nee, Let's Play muss heute nicht, nein. Naja, und dann habe ich beschlossen, wir bauen heute einfach mal. Und ich hätte gerne ein Penthouse, ehrlich gesagt, weil ich war da auf dem Grundstück, kannst du immer wohnen, ja, besonders groß, klar. Und ich habe mir dafür dieses schicke Penthouse ausgesucht, naja, so eine Baufläche. Aber, naja, da werden wir jetzt reingehen. Wir werden das alte wohl komplett dem Boden gleich machen. Und dann werden wir ein neues Penthouse anfangen. Und dann können wir ja mal gucken, vielleicht reicht unser Geld dann ja schon, um da direkt hinzuziehen. Ich glaube es nicht. Aber, man weiß ja nie. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant für mich. Ich muss sagen, da habe ich schon mal ein Penthouse. Ich habe einmal ein Penthouse angefangen zu bauen, in meinem privaten Sims-Spielstand. Aber ich dachte, wir bauen noch mal sowas richtig schön Tokio-like oder, oder. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, also das ist wohl das Penthouse. Okay. Aha. Mit Indoor Basketballplatz. Basketballplatz. Wow. Okay. Aber hier ist nur ein Schlafzimmer. Also, das geht ja echt nicht. Genau. Okay, dann werden wir erstmal das hier alles dem Erdboden gleich machen. Grundstück. Planieren. So. Sieht auf den ersten Blick ja relativ groß aus. Aber hier ist ja auch nichts drumherum. Deswegen. Man weiß ja nie. So. Also, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich überlege gerade. Also, ich würde gerne die Ecken abdecken, weil es sieht komisch aus. Oh Gott, das sieht komisch aus, wenn wir so eine Ecke haben. Das sieht komisch aus. Da muss ich passen. Okay. Aber wir können gerade Ecken machen. Das sieht auch komisch. Ne, können wir nicht. Das wollte ich gerade sagen. Okay. Also, so eine Ecke wäre doch eigentlich ganz cool. Okay, das finde ich gut. Das finde ich gut. Jetzt kommen die Ideen. So. Und dann. Ich muss jetzt mal gucken. Aha. Wo? Ah. Okay. Nur die Ecke ist rund. Das ist ja behindert. Dann machen wir das so. Ne, wir haben zwei frei. Wir haben zwei frei. Dann machen wir das so. Und dann so. Dann haben wir die Ecke auch schon mal. So, und jetzt müssen wir überlegen. Ich möchte hier gerne so eine Glasfront haben. Vielleicht. Machen wir mal abfüllen. Dann machen wir hier zwei rein. Ah ne, es müssen drei sein. Diese tollen Fenster, die es gibt. Sie müssen drei. Es sind drei. Zwei. Drei. Und zack. So. Ach so, das ist schief. Ich dumm alle. So. Uh, guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Ja, und jetzt. Eins, zwei, drei. Und so. Das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt. Das passt doch. Die Tür ist doch drei breit, oder? Ich will gerade mal gucken. Ja, die Tür ist drei breit. Dann machen wir da eine andere Tür hin. Wir haben ja genug Türen. Wir haben ja genug Türen. Oh Gott, ihr seht es. Wir haben genügend Türen, ja. Okay, gut. Dann machen wir erst mal weiter. Machen wir weiter, okay. Okay, ich überlege gerade, wie das Penthouse von der Seite aussehen soll. Also, nicht von der Seite, sondern im Ganzen, wisst ihr so? Das ist echt schwierig. Schwierig. Ach, lol. Okay. Okay, ich muss auch mal das Licht anmachen. Ich sehe sonst nichts. Sehr gut, so. Hopp. Zwei, vier. Wie fahren wir denn hier? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann leicht. Mal gucken. So. Ihr seht, ich arbeite mit sehr viel in Schräg. Dann machen wir das so mal. Und dann. Dann machen wir hier so zwei Balkons. Das finde ich gut. Zwei Balkons. Zack. Okay, und dann. So, zwei, vier. Zwei runter. Und hopp. Ja. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Und hier hinten. Lassen wir es dann so stufenweise. Das finde ich gut. So, also das. Wie wird kann das Penthouse denn hier? Ich würde sagen, bis dort. Bis dort geht das Penthouse. Etwa. Und dann kommt ja noch ein zweites Stock weg. Oh, ich budel gerade so voller Ideen. Das sieht so groß aus. Okay. Dann machen wir hier weiter. Drei, vier. Hopp. Hopp. Zwei, zwei, drei, vier. Zack. Okay, dann sind wir nämlich. So wird da. Da sind wir da. Jetzt müssen wir hier auch nochmal. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei. Dann kann man da was falsch machen. Wir haben was falsch gemacht. Eins, zwei. Und eins, zwei, drei, vier. Zack. Wir haben immer noch was falsch gemacht. So, es gibt so eine, zwei. Und jetzt. Zack. So. Und natürlich zählt er kein Dach, weil es nicht ein umschlossener Raum ist. Dann machen wir das alles nochmal. So. Zack. Zack, 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 zack. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Und hopp. Oh, umrandet man hier alles nochmal. Was tut man nicht alles für ein Penthouse? Irgendwie ist mir das, glaube ich, doch noch ein bisschen zu kurvig. Können wir mal gucken, dass wir es gleich nochmal. Ne, zählt immer noch nicht als Raum. Okay, das ist komisch. Doch, jetzt zählt es als Raum. Okay. Okay, dann machen wir hier weiter. Jetzt wird es natürlich einen Tick einfacher. Wir machen das so. Ne, so. Und hier machen wir das genauso. Zack. 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 So, jetzt. Jetzt kann ich hier in der Linie nachlesen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. So. Oh yeah, jetzt fangen die Bohrungsarbeiten wieder abends an. Ich dachte, jetzt habe ich mal fünf Minuten Ruhe. Wir haben nämlich gerade Handwerker da. Naja, und die haben sich entschieden, heute zu bohren. Und gestern. Und dann kommt man immer nicht zur Aufnahme. Das ist sehr blöd. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Gott, das ist ja echt nervtötend. Das ist schlimm. Ich muss mal gucken, wie das in der Tonaufnahme am Ende ist. Ob das da zu laut ist und dass ich das dann runterregele. Beziehungsweise mal gucken. Mal gucken. Wir warten ab und lassen es jetzt erstmal nicht aus dem Konzept bringen. Oh, sei doch still, du blöder Handwerker. Sei still. So, jetzt haben wir den Balkon. Und jetzt haben wir den Balkon. Ich finde, eigentlich sind wir gar nicht so schlecht im Bauch. So. Wenn wir sagen, das hier ist jetzt ein Balkon. Und das. Oh, ich heule gleich. Sei doch still, ihr blöden Handwerker. So. Dann machen wir das so und so. Und auf der anderen Seite machen wir das genauso. Zack. Zack. Nein, das war jetzt so weit. Nein, das war jetzt so weit. Zack. 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 Ich merke schon, ich werde ab sofort abends aufnehmen. Weil sonst töte ich diese Handwerker. Aber egal. Ah, es ist ein Raum. Es ist ein Raum. Hahaha. Es ist ein Raum. Das ist ja schön. Okay, jetzt sehen wir mal. Eins, zwei, drei, ne, fünf, sechs, sieben, acht, ne, zehn, elf, fünf. Das müsste hier die Mitte sein. Dann machen wir das so. 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 Jetzt sind wir in der Mitte, würde ich sagen. So. Genau, das ist dann der obere Block. Und dann machen wir da oben Balkon drauf. Hier. So, Balkon. Und dann. So, Balkon. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich frage mich gerade, wo ist denn der Eingang? Also, wo kommen die rein? Ach, wir müssen Fahrstuhl bauen. Ah, wir müssen einen Fahrstuhl bauen. Das finde ich natürlich wiederum cool. So, aber jetzt müssen wir die Raumeinteilung erstmal machen. Also. Ich denke mal, hier zur Terrasse sollte ein Wohnzimmern. Ich mag irgendwie. Irgendwie mag ich das hier noch nicht. Das ist so groß. Ich überlege gerade. Okay. Okay, guck mal. Wir machen hier ein Foyer hin. Hier. Oh. Das sieht. Ich bin. Irgendwie bin ich gerade noch unzufrieden mit dem Haus. Hier ist das Foyer. Dann ist hier. Das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. und dann ich überlege gerade, ja. Dann kommt hier das Treppenhaus hin. Hier ist das Treppenhaus. Oh Gott. Das ist riesig. Was? Zum Teufel. Okay. Und dann ist hier die Küche. Wollen wir machen? Ne, das ist nicht die Küche. Ich überlege gerade, ob ich das hier noch mal ändere und das einfach so gerade abschließen lasse. Weil können wir hier halt eine Küche reinmachen mit dir und dann machen wir das hier weg. Zack, zack. Und dann kommt hier die Küche hin. Passt das mit oben? Ja, mit oben passt das immer noch. Weil es muss ja nicht es muss ja nicht symmetrisch sein, das Penthouse. Es kann ja auch irgendwie anders aussehen. Okay, dann haben wir hier Treppenhaus. Was haben wir hier hinten hin? Ach, ey. Ich glaube, das ist zu groß. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir es noch ein Stück kleiner. Ah, Moment. Wir können ja hier dann wir können ja da oder das wird das Wohnzimmer und das wird dann Restzimmer, Küche, Eingang, Eingang, Aber wir brauchen ja auch noch ein Bad, ne? Okay, Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Damit das das Bad. Das ist einfach so dieses Winzelbad. Wir machen noch ein Tick größer. Wir machen noch ein Tick größer. Wir machen das so. Wir können ja hier Wandschränke dann reinbauen. Das ist toll. So. Das ist dann die Toilette. Oder wir machen die Toilette direkt so. Aber ist das zu groß für die Toilette? Obwohl, wir machen dann hier so einen Durchgang. Und dann ist da die Toilette. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Und da ist dann der Durchgang zum Zimmer. Hm. Also irgendwie ist das noch zu groß. Ich muss das noch kleiner unterteilen. So. Hier können wir sicher noch eine Wand ziehen. Zack. So. Wir müssen auch zählen. Also wir brauchen wir brauchen vier Schlafzimmer. Ne, stimmt gar nicht. Wir brauchen eins, zwei, drei Wir brauchen fünf Schlafzimmer, oder? Drei Kinder. Ja, drei Kinder. Zwei Erwachsene. Okay. Also ist das Ich sitze jetzt im Bett rein. Erwachsen. Erwachsen. Wohnzimmer. Achso. Und oben gibt es ja auch. Oben gibt es ja auch noch. Aber diese Feststellung. Ach ja. Wusstest du. Übrigens. Oben gibt es auch noch. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Moment. Dann müssen wir das wirklich so machen. So genau. Hier gibt es dann irgendwo das Treppenhaus. Ich mach das jetzt mal ganz grob. Und dann gibt es mein Ding. Oh Gott. Lass mal gucken. Machen wir hier ein Zimmer hin. Dort. Ähm. Hier gibt es ein Bad. Da gibt es Muss ich gucken. Muss ich gucken. Ähm. Da ist da. Da gibt es Es muss ja irgendwie hier ein Zimmer. Gibt es dort ein Zimmer? Ich würde jetzt einfach mal sagen da gibt es dann ein Zimmer. Hier kann man dann noch so ein Bad einrichten. Gott. Ich glaube es ist zu groß. Dann machen wir hier einen Wandschrank hin. Wandschrank. Ähm. Und hier oben. Ich verleg grad, was denn hier oben kommt. Es verglasen wird dann. Aber dann muss die dann muss die andere Wand hier anders. Dann muss das hier anders. Das gefällt mir noch nicht. Das muss anders. Oh Gott. Nein, jetzt ist da ein Loch dran. Nein, jetzt ist da ein Loch dran. Weg, 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 weg. Weg, weg. Vielleicht ist das zu groß. Ich glaube es ist immer noch dezent zu groß. Also wir müssen mit der Raumeinteilung müssen wir das echt nochmal überlegen. Ich überlege gerade, wie man das irgendwie noch noch besser machen kann. Ich überlege halt auch gerade. Okay, was wäre denn... Wir nehmen das mal raus. Das nehmen wir auch raus. Also okay, sagen wir, das hier ist der Eingang. Da müssen wir da mal eine Tür hinsetzen. Moment. Da sind wir hier eine Tür hinsetzen. Das ist der Eingang. So, genau. Zum Beispiel zur Terrasse. So, zu dem Grün. Genau. Okay. Was brauchen wir denn hier? Dann haben wir hier nur einen Eingangsbereich. Den kann man ja hier irgendwie so leicht verstecken. Und dann gibt es hier vielleicht direkt ein Bad. Das ist sinnvoll. So. Dann gibt es hier Garderobe. Garderobe. Vielleicht was zum An- und Ausziehen. Hier. Hier ist eine weitere Tür. Die führt dann jetzt in einfach das Haube. Ich würde gerade gucken, welche Tür nehme ich denn da? Oha. Welche Tür nehme ich denn da? Moment. Wir können hier doch Zäune hinsetzen. Das wäre doch eine Idee. Zäune. 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 Das finde ich gut. So eine Art Wintergarten können wir da auch noch... Das ist... Da kommt ein Wintergarten hin. Das finde ich gut. Wintergarten. Winter... Okay. Jetzt langsam wird es dann doch wieder. Okay. Gut. Ich muss jetzt erst mal das Dach hin draufsetzen. Moment. Ach ja, ja. Jetzt fließen doch die Dänen. Jetzt... Es dauerte ein bisschen, aber jetzt fließen doch die Dänen. Und ich werde mal gucken, ob ich sonst die Tage jetzt, also diese Woche mal, sonst halt nur mal so Baufolgen bringen und dann nächste Woche wieder Let's Play oder ob ich das abwechsel oder ob ich mal baue und dann... Das gucke ich dann einfach, wie ich Lust und Laune nachher habe. Ich glaube aber, das ist auch mal eine ganz angenehme Abwechslung für euch. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich irgend so eine Challenge mache. Aber das können wir ja ein anderes Mal diskutieren. So. Okay. Also Eingangsbereich, Toilette. Ich weiß noch nicht, was das wird. Irgendwas Schönes. Moment, das wäre doch auch cool, oder? So. Zack, zack. So. Dann. Ja, ja, das hat was. Das hat was. Und jetzt schneiden wir das hier einfach raus. Zwei. 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 Hopp. Zwei. Hopp. Das wäre weg. Zack, zack, zack. So. Ich würde sagen, das klingt doch schon mal nach einer ganz guten Idee. Okay. Aber damit würde ich erst mal Schluss machen für heute. Wir sehen uns morgen wieder zum Let's Build oder zum Let's Play. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.